Musik Sicher hast du schon mal an einem Lagerfeuer gesessen und hast diese besondere Atmosphäre genossen. Dieser große Stapel von Holz, der da abgebrannt wird, die aufstiebenden Funken, dieses lebendige Feuer, das aussieht, als hätte es wirklich Leben in sich, diese ständig neuen Flammenbilder, das ist etwas, was uns wirklich immer wieder stark beeindruckt und was uns wirklich anzieht. Und wenn man länger dabei sitzt, dann merkt man auf einmal, wie langsam dieser riesige Holzstoß runterbrennt, wie die letzten Funken verglühen und du merkst auf einmal, wie es doch kühl wird. Das Feuer ist runtergebrannt und dann irgendwann ist nur noch Asche da. Graue, dunkelgraue, hellgraue Asche, ein bisschen verweht der Wind und es bleibt nichts mehr übrig. Die Stimmung ist dann auch irgendwie wie runtergebrannt. In vielen Gesprächen berichten mir Menschen, dass sie ihr Leben im Moment so erleben, wie ausgebrannt, wie ein Feuer, das runtergebrannt ist, wo keine Nahrung mehr da ist, wo einfach diese Holzstücke, die das Leben eigentlich gegeben haben, ausgebrannt sind. Und wo sie den Eindruck haben, in mir ist es kalt, runtergebrannt, ausgebrannt. Was wirst du tun? Was willst du tun mit diesem Empfinden oder mit dem, wenn du dein Leben so anschaust? Ich habe eine gute Nachricht für dich. In der Asche gibt es noch Glut. Es ist nicht alles so, wie es außen scheint. Es ist sogar so, wenn du zum Beispiel gegrillt hast und die Asche ist da von dem auch runtergebrannt und du würdest sie sofort in die Mülltonne entsorgen, hätte sie das Potenzial, alles neu zu entzünden. Obwohl es aussah, als ob alles nur noch graue Asche ist. Und so ist es in deinem Leben auch. Ich möchte dir das ganz neu zusprechen. Ich weiß, der Herr hat mir ein Wort für dich heute gegeben. Es ist noch Glut da. Es ist nicht alles verbrannt. Er will durch den Wind seines Geistes in diese Asche, in diese Glut, die da untergründig noch da ist, hineinblasen. Er will dieses Feuer der ersten Liebe zu Gott neu in deinem Leben entfachen. Er möchte, dass er dich wissen lässt. Seine Zusage und seine Verheißung gilt dir jetzt. Denn er hat gesagt, ich werde den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ein glimmender Docht kann neu entfacht werden. Eine Glut, die unten drin ist, auch wenn sie von Asche bedeckt ist, kann neu entfacht werden. Und ich möchte dir sagen, lass deinen Glauben aufstehen. Es muss keine große Leistung vollbracht werden, sondern nahe dich zu Gott. Und in der Bibel steht die Verheißung, so nahe er sich zu dir. Und der Herr hat gesagt zu Jesaja, Jesaja hat es uns aufgeschrieben, er wird dir einen Kopfschmuck statt Asche geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Aus dieser Asche in deinem Leben, die du so empfindest, wird der Herr etwas Neues schaffen. Eine neue Pflanzung, ihn zum Ruhm. Dein Leben ist gedacht, Gott zum Ruhm zu sein. Und das Einzige, was du nötig hast, ist zu sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du ganz neu mit deinem Wind in die Asche hineinbläst. Und dann wirst du merken, wie es langsam wieder anfängt zu brennen, wie langsam wieder ein Glühen kommt, wie langsam etwas wieder aufsteigt. Und dann wird der Herr Neues dazugeben, sodass du wieder für ihn brennst. Ich wünsche dir, dass du diese Bereitschaft, diese Offenheit, dieses Reinpressen in dieses neue Entzünden hinein zulässt. Und dass du erwartest, Gott hat mehr für mich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!